Hey Grace Academy, Studentinnen und Studenten, welcome back zu unserem Studium und zwar die Offenbarung Jesu Christi. Kapitel 4, das ist wohin wir gehen heute und wir werden uns in den nächsten zwei Lektionen mit diesem kleinen Paket von Kapitel 4 und Kapitel 5 befassen und ihr werdet in einem Augenblick sehen, warum das so ist. Wir machen eine ganz kurze Zusammenfassung vom Gesagten von den letzten zweimal und ihr wisst, das Gesagte von den letzten zweimal, es hat sich da um die sieben Kirchen oder um die sieben Gemeinden der Offenbarung gemäss Kapitel 2 und 3 gehandelt. Also fassen wir kurz zusammen die letzten zwei Lektionen. Wir haben hier eine Zeitlinie, das bedeutet zugleich eine Zusammenfassung der sieben Sendschreiben. 30 bis 100 nach Christus, das war die Zeitepoche von Ephesus, das ist die sogenannte apostolische Kirche. 100 bis 313 Smyrna, die verfolgte Kirche, dann kommt Pergamos, das ist die konstantinische Kirche. 600 bis 1517 Thyatira, das ist die Weltkirche oder wir haben herausgefunden, das ist die römisch-katholische Kirche. 1517 bis 1648, das ist die reformatorische Kirche, Sardes. Dann die Missionsbewegung 1649 bis 1900, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia und wir jetzt leben in der Laodicea-Zeit, das heisst die Volkskirche ab rund 1900 bis jetzt. Und Laodicea, weil es das letzte Sendschreiben ist, wird dort in diesem Endstadion eben auch die Entrückung erfahren. Und deswegen haben wir hier eine Bandbreite an Entrückung angegeben, weil es gibt gewisse Hauptereignisse der Endzeit, wie wir das unten noch sehen, die vorab noch geschehen müssen. Dazu haben gehört der Erste und der Zweite Weltkrieg, die Staatengründung Israels 1948, Jerusalem seit 1967 unter jüdischer Kontrolle, was noch nicht geschehen ist, ist die russische Invasion, das wäre Hezekiel 38, das ist Gog und Magog-Krieg und der grosse Reset oder das One World Government, One World Order. Und auch das sehen wir, platziert dort am Rand zwischen eigentlich Ende der Laodicea-Gemeinde und Entrückung. Und dann geht es in die Trübsalzzeit hinein. Und in der Trübsalzzeit, dort wird es dann vor allem um den Siebenjahresvertrag gehen, zu dem kommen wir noch, über das werden wir noch sprechen, über falsche Sicherheit und eine falsche Friedensphase, auch die wir kommen, den Antichristen oder das Auftreten des Antichristen plus noch zehn Reiche in der Trübsalzzeit. Und zu all dem werden wir noch kommen. So, wir wollten einfach diese Übersicht nochmals geben und nochmals uns beziehen auf die letzten zwei Lektionen. Jetzt erinnern wir uns an den Schlüssel. Wir gehen also zum Schlüssel zurück und das wäre immer wieder Vers 19 von Kapitel 1. Der Schlüssel, um das Buch der Offenbarung, um das Buch der Offenbarung zu verstehen, sind Nummer eins, die Dinge, die Johannes sah. Das ist Kapitel 1. Den erhöhten Menschensohn. Das ist das Thema von Kapitel 1. Zweitens, die Dinge, die sind. Das war eben die Zusammenfassung von den letzten zwei Lektionen. Offenbarung 2 bis 3. Das waren die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, Kirchen. Jetzt kommen wir zum dritten Abschnitt. Deswegen ist der Schlüssel so wichtig, dass wir das chronologisch einordnen können und einfach wissen, wo sind wir. Die Offenbarung ist kein willkürliches Buch, sondern eine chronologische Abhandlung, eben von den Ereignissen, die geschehen und auch eine Zusammenfassung von allen relevanten Alttestamenten profitieren. Wir kommen also zum dritten Teil, die Dinge, die kommen. Und das ist simpel und einfach Offenbarung ab Kapitel 4 bis und mit zum Schluss des Buches, Kapitel 22. Das ist was er uns sagt. So schreibe nun auf, was du gesehen hast und was ist und was in Zukunft geschehen wird. All das ist zusammengefasst. Offenbarung 1 und Vers 19 und somit eben auch der Schlüssel zum Buch der Offenbarung. Wir sprechen jetzt also über die Dinge, die kommen, über zukünftige Ereignisse, über zukünftige Events, beginnend ab Kapitel 4, Vers 1, was in Zukunft geschehen wird. Und dazu möchte ich eine Einführung geben zu diesen beiden Kapiteln, weil diese beiden Kapitel, Offenbarung 4 und 5, sind eine Art Paket. Ein Paket, das uns in der Einführung jetzt eben klar wird, um was es geht. Offenbarung 4 und 5 sind Ereignisse im Himmel, die der Trübsal vorausgehen. Mit diesen beiden Kapiteln beginnt der dritte Abschnitt des Buches. Kapitel 4, zusammengefasst, redet vom Thron Gottes. Und Kapitel 5, redet vom Lamm und die Schriftrolle oder das Buch mit den sieben Siegeln. Nochmals eine kleine Übersicht. Offenbarung 2 bis 3, also Kapitel 2 bis 3. Da sehen wir die Gemeinde, die Ekklesia, auf Erden. Jetzt in Kapitel 4 bis 5 sehen wir die Gemeinde im Himmel. Beachte, nicht mehr auf Erden, wir sehen die Gemeinde im Himmel. Offenbarung 6 bis 18 wird die Gemeinde gar nicht mehr erwähnt. Sie wird nicht mehr erwähnt, sie ist nicht mehr sichtbar. Und das ist eben der Abschnitt der Drangsal oder der Trübsalszeit. Die Gemeinde wird kein einziges Mal erwähnt. Und die Schlussfolgerung ist, zusammengefasst, ganz kurz gemacht, die Gemeinde geht eben nicht durch die Trübsalszeit, weil sie nicht mehr sichtbar ist in der. Und dann Offenbarung 19, dort sehen wir, wie die Gemeinde zurückkommt, die Rückkehr der Gemeinde mit dem Herrn Jesus Christus, das ist das zweite Kommen. Und wir sehen dann, die Gemeinde wird wieder sichtbar bis zum Schluss, bis Kapitel 22. Dort wird dann auch direkt Kapitel 21 und Kapitel 22 wieder von der Braut gesprochen. Die Braut ist die Gemeinde. Und auch in Kapitel 22 wird dann wieder von der Ekklesia gesprochen. Oder dass die Stadt der Braut, das neue Jerusalem, aber auch die Rückkehr, wie wir sie sehen, wie wir zurückkommen werden mit Christus oder diejenigen, die die Kronen tragen, das sind alles Hinweise, dass die Gemeinde eindeutig wieder sichtbar wird. Und all das ist nicht mehr sichtbar zwischen Kapitel 6 und Kapitel 18. Und das ist unsere glückselige Hoffnung. Die Gemeinde geht nicht durch die Trübsalszeit. So, ganz wichtig, dass wir also verstehen, dass jetzt Kapitel 4 und 5 sind, und es handelt hier in diesen Kapiteln von Ereignissen, die der Trübsal vorausgehen. Und deswegen beginnen wir im Kapitel 4 mit den ersten elf Versen. Und ich lese gleich den ersten Vers. Wir geben eine kleine Einführung, weil meistens leitet so, Vers 1, 2 leitet und führt so das Kapitel ein. Und er sagt hier in Offenbarung 4, Vers 1, Halleluja. Das ist nur mal Vers 1, ziemlich langer Vers, aber sehr markant, sehr wichtig. Er lässt uns verstehen, um was es geht. Und hier ist, um was es geht. Kapitel 4, Vers 1, wir haben hier drei Seiten dafür. Er sagt, nach diesem schaute ich. Das ist der erste Satz, so beginnt er. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. So heisst es in der Neuen Genfer Übersetzung. Und ich mag die Übersetzung, weil die Satzstellung impliziert, dass die Ereignisse chronologisch folgen. Und das tun sie eben auch. Also Johannes stellt chronologische Ereignisse vor. Deswegen ist die Satzstellung, ist der sogenannte Syntax, ist so gelegt. Nach diesem schaute ich oder danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Und da möchte ich ganz kurz vorspringen und dann nochmals zurückgehen zur zweiten Folie. Diese Schlüsselsätze, die helfen uns zu unterscheiden. Wenn es einfach heisst im Buch der Offenbarung danach, dann kommt einfach die nächste Vision. Also nach einem normalen Danach geschieht das als Beispiel. Dann sehen wir einfach, was als nächstes geschieht, aber nicht unbedingt in einer Chronologie oder in einer chronologischen Reihenfolge. Kann chronologisch vor dem Kontext zwar folgen, muss aber nicht unbedingt Chronologie beinhalten. Wenn es aber heisst, wie in der Neuen Genfer Übersetzung, wie wir vorher gelesen haben, oder eben auch in der Schlachter, danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Das ist das nächste Ereignis und das ist chronologisch einzuordnen. Verfolgt die Ereignisse im Zusammenhang also chronologisch. Deswegen haben wir einen schönen Ablauf hier. Wir haben also einen Ablauf hier, der bedeutet, dass nach den sieben Zehnschreiben wir nicht mehr auf der Erde sind. Wir sind jetzt aus der Perspektive des Himmels. Und durch diese Perspektive des Himmels sehen wir eben die Gemeinde im Himmel. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Bild hier und lesen einfach weiter, was es hier heisst. Nochmal, Johannes stellt jetzt also chronologische Ereignisse vor. Und das lesen wir aus der Satzstellung von Nach diesem schaute ich ein grösseres oder ein mehr danach als einfach nur ein einfaches, normales Danach. So beginnt der erste Satz. Offenbar um vier bis fünf folgt chronologisch also den Kapiteln zwei und drei. Deswegen zwei und drei auf Erden, vier und fünf im Himmel. Church auf Erden, Church im Himmel. Johannes wird eingeladen, wie wir gelesen haben, mit dem Wort oder mit den Sätzen, komm hier herauf, komm höher, okay? Come on up, sagt er eigentlich. Let's go up, let's go up to Jerusalem. Das ist das, wo wir auch immer wieder, wenn wir in Israel sind, von unseren Freunden dort hören, diese Redewendung, let's go up to Jerusalem, weil es eben hoch geht, okay? Also es geht, von Tel Aviv geht es hoch, die Berge hoch nach Jerusalem. Und hier sehen wir eben auch diesen Gedanken mit drin. Komm hier herauf, es geht hoch, es geht nach oben. Vor den Thron Gottes zu kommen, wird er eingeladen, wo er den Rest der Weissagung zur Offenbarung erfahren wird. Das ist ganz spannend. Das heisst also, nachdem er ja, wie wir bereits mit den Schlüsseln verstanden haben, zuerst die Dinge, die er sah, Kapitel 1, den erhöhten Menschensohn, die Dinge hat er gesehen und hat er in Kapitel 1 niedergeschrieben. Sind die Dinge, die sind, Kapitel 2 und 3, also die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, die hat er auch gesehen, das sind die Dinge, die aktuell in seiner Zeit auch waren. Und jetzt lädt ihn Gott ein, vor seinen Thron zu kommen, komm hier herauf, das ist eben das Schlüsselwort, und jetzt empfängt er den Rest der Offenbarung. Und das ist eben die Dinge, hier ist der dritte Teil des Schlüssels, die kommen werden, Kapitel 4 bis 22. Wow, so spannend. Also das Buch der Offenbarung ist nicht einfach ein Zufall oder einfach zusammengewurstelt oder einfach randommässig zusammengebastelt. Nein, wir haben hier einfach Gottes Plan, Gottes Idee, Gottes Logik dahinter. Okay, das ist eben auch das. Wir haben hier Gottes Erkenntnis und volle Weisheit, Gottes Logik dahinter. Und er empfängt chronologisch den Rest dieser Weissagung. Praise the Lord. So, die zweite Folie haben wir angeschaut, die Schlüsselsätze, die habe ich so eingefügt. Der Unterschied vom normalen danach zum danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Nicht Chronologie oder Chronologie. Und jetzt gehen wir zur dritten Folie und möchten diese Einführung abschliessen mit folgendem. Oft als Bild für die Entrückung interpretiert, ist aber nicht die Entrückung selbst. Also dieser erste Vers, wo es heisst, nach diesem schaute ich im Himmel oder komme hier herauf. Das wird oft als Bild für die Entrückung interpretiert, aber ist nicht die Entrückung selbst, sondern wo die Heiligen nach der Entrückung sind. Okay, also es ist vielleicht ein wenig Haarspalterei, aber trotzdem, es ist nicht jetzt die Entrückung, die direkt beschrieben wird, sondern wo die Heiligen, an welchem Ort sie sind, nach der Entrückung. Schlussendlich kann man trotzdem sagen, man kann das als Bild für die Entrückung sehen, aber es ist nicht die Entrückung selbst. Im Himmel, komm hier herauf, dort ist, wo sie sind. Warum können wir sicher sein, dass die Gemeinde im Himmel ist? Warum können wir sicher sein? Er redet nicht einfach von 24 auserwählten Superchristen oder Supergeistlichen, denn wir sehen nachher, dass es hier um 24 Älteste geht. Warum können wir sicher sein? Es geht um die ganze Gemeinde, weil, und das möchte ich ganz kurz hier vorlesen, in Offenbarung 3, um Vers 10, und jetzt nochmals, Kapitel 3, wo sind wir da? Wir sind zurück in den Sendschreiben, okay? Also wir sind back to the churches. Kapitel 3 gehört im zweiten Teil der sieben Sendschreiben. Und dort tut er die Gemeinde in Philadelphia adressieren und anschreiben. Und das heisst es eben in Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Wow, so gut, so wichtig. Der Gemeinde in Philadelphia versichert er, dass sie nicht durch die Trübsal gehen werden, weil der Ausdruck Stunde der Versuchung oder auch Tag des Zorns, das sind die Ausdrücke, die die Bibel braucht, um die Trübsal zu beschreiben. Und er sagt ganz klar, ich werde dich vor der Stunde der Versuchung, damit ist die Drangsalge oder Trübsalge gemeint, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, davor werde ich dich bewahren. Und deswegen können wir sicher sein, wenn er das zu Philadelphia sagt, sagt er das zu allen Überwindern, zu allen Überwindern von allen sieben Sendschreiben. Und wir haben ja bereits definiert in den letzten Lektionen, wer die Überwinder sind. Überwinder sind diejenigen, die in Christus Jesus sind. Es sind diejenigen Menschen, die von Neuem geboren sind, die Jesus Christus an ihn glauben, die an das Stellvertreten, der Erlösungswerk des Messias glauben. Das ist die Gemeinde, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, das ist die Gemeinde der Church, das ist der Leib, der Leib Christi. Der Leib Christi besteht also aus allen Menschen, die an Christus glauben. Das sind die Überwinder und das sind diejenigen, die preis dem Herrn der Trübsal empfrieren werden. Wir haben auch immer wieder bemerkt und festgehalten, es geht um eine sichtbare und um eine unsichtbare Kirche in den sieben Sendschreiben. Und auch das muss man unterscheiden. Sichtbare Kirche, das ist der Leib Christi. Das ist nicht der Leib Christi, die sichtbare Kirche. Das ist das, was man sieht, die Institutionen. Das sind die Kirchtürmer, das sind die Gebäude, das sind die Kirchen, das ist die Weltkirche oder die Weltkirchen. Und das ist der sichtbare Leib Christi. Das ist das, was man von aussen sieht. Wenn man in ein Land kommt, kann man sagen, das ist ein christliches Land. Das ist, was man von aussen sieht. Aber der unsichtbare Leib, die unsichtbare Kirche, das sind all diejenigen, die an Christus glauben und ihn als Erlöser angenommen haben. Praise the Lord. So, also der Begriff, hier gehen wir zurück, der Begriff Ekklesia, das steht ja für Gemeinde. Ekklesia bedeutet Gemeinde oder Kirche, kommt nur in den Kapiteln 1 bis 3 vor. Dann nur noch einmal in Kapitel 22, ja hier haben wir sogar den Vers, Vers 16, das habe ich vorher erwähnt. In den Kapiteln 4 bis 21 kommt der Begriff Ekklesia nicht mehr vor. Trotzdem ist die Gemeinde ab Kapitel 19 wieder sichtbar durch andere Ereignisse und in unserem Fall jetzt eben hier auch in Kapitel 4 durch andere Ereignisse. Was sind das für Ereignisse? Wir werden es dann gleich sehen. Das hat eben wieder mit diesen 24 Ältesten zu tun, die auf den Thronen sitzen. Aber in einem Moment. Ein Moment noch, bis wir dorthin kommen. Dann als nächstes sehen wir hier, die Gemeinde ist durch die ganze Trübsal, Kapitel 6 bis 18. nicht mehr auf Erden sichtbar. Und eine Einladung an Johannes, weitere Offenbarungen zu sehen. Das wird ihm hier gegeben. All das ist ein Vers. Okay, also wir brauchen drei, vier Folien für einen Vers. Das ist so cool. Und ja, das ist Vers 1. Und so beginnt es. Die ersten Verse sind immer so wichtig, dass wir wirklich das richtig gut verstehen können. Okay. Dann gehen wir zu den nächsten Versen. Und zwar, wir kommen zu den Versen 2 und 3. Und ich lese jeweils und dann schalte ich die Slides um hier. Und sogleich war ich im Geist. Vers 2. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron sass einer. Und der darauf sass, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardis Stein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und Halleluja. Und hier beschreibt er uns die Schönheit Gottes. Er beschreibt uns die Herrlichkeit Gottes. Er beschreibt uns den Thron und der Thronsitzende. Das ist, was er uns hier beschreibt. Wer sitzt auf dem Thron? Wer ist der auf dem Thronsitzende? Johannes sah dies in einer Vision. Denn er sagt ja, ich war im Geist. Und er sieht den Thron Gottes selbst. Und der auf dem Thron Sitzende ist wie ein Jaspis und ein Sardis Stein. Das ist die Schechina-Herrlichkeit. Das ist die Lichtglanz, die Lichterherrlichkeit, die Glanzherrlichkeit Gottes. Rings um den Thron ist ein Regenbogen. Das ist ein Bild für die Gnade Gottes. Die Person auf dem Thron ist Gott, der Vater. Und das ist ja ein Bild, das wir so oft ja gar nicht sehen in der Bibel. Wir hören zwar durch Jesus Christus, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wir wissen auch, dass durch Christus uns der Vater gezeigt wurde. Aber direkte Bilder vom Vater selbst sehen wir gar nicht so viel. Also wir sehen mehr Bilder von Jesus. Wir sehen auch sehr oft Beschreibungen vom Heiligen Geist. Aber hier ist eine Beschreibung vom Thron Sitzenden, vom himmlischen Vater. Und so hat er ihn gesehen. So hat Johannes ihn gesehen. Wow, was für eine grossartige Sicht er von unserem himmlischen Vater hatte. Er ist die Schechina-Herrlichkeit. Er ist wie ein Jaspis und ein Sardis Stein. Und ein Regenbogen. Stell dir das vor, ein Regenbogen rings um den Thron. Und ich glaube, das erinnert uns an das Bündnis mit Noah, wo der Regenbogen ja ein Zeichen war, ein Bundeszeichen war. Übrigens, jedes Bündnis hat ein Zeichen. Und das Zeichen vom Bund Noah war der Regenbogen. Und es ist ein Abbild von Gottes Gnade. Denn der Regenbogen ist nicht nur ein schönes Bild am Himmel, der hat eine Aussage. Und die Aussage ist, Gott wird nie mehr zornig sein. Halleluja. Nun, wenn wir jetzt weitergehen, dann lese ich bereits jetzt schon Vers 4. Und rings um den Thron, und hier kommen wir eben zu dem, waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weissen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. So, das ist jetzt der nächste Vers. Das ist Vers 4. Und deswegen machen wir auch hier in unseren Folien, machen wir hier einen Sprung. Und wir betrachten anhand von den nächsten drei Folien die Thron-Teilnehmer. Okay. 24 Älteste auf 24 Thronen. Das sind die Thron-Teilnehmer. Der auf dem Thron sitzende, erinnere dich, der Vater. Und die Teilnehmer am Thron. Sie haben weisse Gewänder an und haben goldene Kronen auf. Das zeigt uns auf, dass diese weissen Gewänder, steht für Gerechtigkeit und Reinwaschung, goldene Kronen, steht für Belohnung. Dass dies ist nach dem Richterstuhl Christi, weil sie bereits ihre Belohnungen tragen. Also sie tragen bereits ihre Kronen. Das heisst, der Richterstuhl Christi ist vorbei. Sie wurden belohnt. Und das sind also keine Engel auf diesen Thronen, sondern die Gemeinde ist im Himmel, sonst könnten sie die Kronen gar nicht tragen. Die Kronen bekommen wir nicht hier auf Erden. Die werden nicht hier auf Erden verteilt. Diese Kronen kommen erst mit der Belohnung, mit dem Richterstuhl. Das ist ein wenig harter Ausdruck, aber eigentlich ist es ein Preisgericht, ein Belohnungsgericht. Dort werden wir Lohn empfangen für unsere Arbeit, Werke und Investitionen, die wir gemacht haben ins Reich Gottes auf dieser Erde. Und ob wir gemäss einem Plan gelebt haben oder nicht. Und diese Belohnungen, die werden erst dort eben gegeben. Erst nach der Entrückung. Somit sehen wir in Kapitel 4, the church is in heaven. Die Gemeinde ist entrückt. Die Entrückung hat stattgefunden. Die Trübsal hat noch nicht begonnen. Und das ist es. Und besser kann man es gar nicht eigentlich aufzeigen oder verstehen. Dann das Nächste, was wir hier sehen, ist, sie haben weisse Kleider. Sie sind bekleidet mit weissen Kleidern. Das ist ein Symbol übrigens der Errettung. Und eben, sie tragen diese Kronen. Das sind übrigens Kränze. Denn es gibt zwei Worte für Kronen im Griechischen. Stephanus. Davon ist ja auch der Name Stephan. Und das zweite Wort ist Diadem. Und hier ist der Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Stephanus und Diadem? Der Stephan ist Krone für Überwinder und Sieger. Das ist für Gläubige. Diadem ist die Königskrone für den Herrscher. Und die gibt es nur für den Herrn. Die gibt es nur für Christus. Die griechischen Wörter für Kronen sind also Stephanus, Diadem und nicht Corona. Einige haben behauptet, gemäss Offenbarung 6, Vers 2, wo der erste Reiter auf dem weissen Pferd auftaucht. Und der hat eine Krone in seiner Hand. Einige haben vor ein paar Jahren behauptet, dass diese Krone, das ist ja Corona, ist ja ein Wort für Krone. Ein anderes Wort, Fremdwort für Krone. Aber ja, hier finden wir nichts von Corona. Es geht um griechische Wörter und nicht um spanische oder russische Wörter. Wir sehen hier also Stephanus und Diadem. Wir sehen hier nichts von Corona. Deswegen können wir auch nicht verbinden, dass der erste Reiter Corona brachte. Und jetzt warten wir auf den zweiten Reiter. Kann gar nicht sein. Weil nochmals, wir sind ja gar nicht mehr da. Kapitel 6 kommt nach Kapitel 4. Kapitel 4 sind wir im Himmel. Wir sind noch nicht im Himmel. Somit können die Ereignisse von Kapitel 6, Offenbarung 6, nichts mit Corona zu tun gehabt haben. Der Titel Älteste wird nur für Menschen mit Autorität verwendet. Also Ältester ist ein Ausdruck für eine Person, eine Person, die im Geistlichen nicht nur Ältesten Funktionen hat, sondern auch regiert. Regiert, herrscht, etwas über sich hat. Und wir haben ja auch da von unserem Herrn ein wunderbares Bild, dass wer über wenigen treu ist, der wird über vieles gesetzt. Dem wird mehr gegeben werden. Wer über nichts treu ist oder über wenigen nicht treu ist, dem wird sogar das noch genommen werden. Und das sind eben alles Bilder von göttlicher Autorität und von auch göttlicher Unterordnung. Denn nur durch Unterordnung kommt Autorität. Darum gibt es die Geschichte vom Hauptmann. Ich glaube, es ist in Lukas 7, glaube ich, die Geschichte vom römischen Hauptmann, der zu Jesus sagte, hey, sprich nur ein Wort. Denn ich bin ein Mann und habe da ganze Soldatentruppen unter mir und ich kenne die Prinzipien von Autorität und Unterordnung. Deswegen bemühe dich gar nicht in mein Haus. Denn wenn ich sage, geh, mach das zum Soldat oder tu das nicht, dann machen sie genau das. Er kannte die Kraft der Autorität. Und deswegen sagte er Jesus, sprich nur ein Wort, bemühe dich gar nicht, zu mir ins Haus zu kommen. Mein Knecht ist krank. Ich weiss, deine Worte haben Kraft. Jesus sagte, solch grossen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. So, was bedeutet das? Unterordnung, Submission, gibt uns geistliche Autorität. Und der Mann kannte, der römische Hauptmann kannte Verstand, was Autorität bedeutet. Aber er verstand eben auch, was Unterordnung bedeutet. Und somit kommt durch Unterordnung immer Autorität. Wer sich nicht unterordnen kann, hat keine geistliche Autorität. Dann die Zahl 24. Das stammt aus 1. Chronik 24, die das Priestertum als Ganzes darstellt. Interessant, am letzten Sonntag hatten wir eine Predigt zum 1. Chronik 24. Das war die Predigt, der letzte Teil von Heart for the House. Dort haben wir betrachtet, wie David den Tempel vorbereitet hat für seinen Sohn Salomon, wie er dann gebaut hat. Und dort finden wir eben 24 Priesterklassen in 1. Chronik 24. Interessant, im 24. Kapitel 24 Klassen, kann auch kein Zufall sein. Und das ist eben ein Vergleich vom Priestertum als Ganzes, den wir wiederfinden im Neuen Testament hier in Offenbarung 4, Kapitel 4 und Vers 4. Ihr seht oben 4, Doppelpunkt 4, das ist immer der Vers, über den wir sprechen. So, wunderbar. Und dann haben wir noch, oh wow, wir haben ja noch ganz viel hier. Okay, nächster Slide. Die Thronteilnehmer, immer noch bei den Thronteilnehmern. Sie repräsentieren die heiligen Gläubigen der Gemeinde. Das ist, was sie machen. Also die 24 Ältesten, sie haben eine Autorität. Aber 24 ist auch die Zahl, wo repräsentiert wird. Also repräsentiert. Und so sind hier eben die Heiligen der ganzen Gemeinde gemeint. Ein weiterer Beweis für eine Entrückung, die vor der Trübsal stattfindet. Die Kirche, also die Gemeinde, ist im Himmel, bevor die Trübsal in Kapitel 6 beginnt. Nochmals zusammengefasst, habe eines schon angesprochen, Nummer 1. Das Tragen von Kronen zeigt, dass dies nach dem Richterstuhl Christi geschieht. Sieht man übrigens, der Richterstuhl Christi sieht man im 2. Korinther 5, Vers 10. Zweitens, das Tragen von Kronen zeigt, dass die Heiligen bereits ihre Belohnungen erhalten haben. Und das kannst du in einem privaten Studium machen. Wenn du im 1. Korinther 3, Vers 10 bis 15, wenn du das genau studierst, dann redet Apostel Paulus dort über die verschiedenen Belohnungen. Und er redet darüber, wie man Belohnung bekommt im Reich Gottes. Und es ist interessant, eben auch festzustellen, dass es sogar Menschen geben wird, die gar keine Belohnung empfangen werden. Sie sind zwar gerettet, okay? Deswegen heisst es auch an einem Ort in der Bibel, das ist übrigens hier im 1. Korinther 3, sie sind zwar gerettet wie durch Feuer hindurch, aber sie verlieren ihre Belohnung. Das heisst, sie haben keine Belohnung, die sie mitnehmen. Es gibt Menschen, die gerettet sind, aber keine Belohnung mitnehmen. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die von Neuem geboren wurden. Und wenn man die neue Geburt einmal hat, kann man sie nicht mehr verlieren. Wir nennen das die Unverlierbarkeit des Heils. Das heisst, die ewige Sicherheit deiner Errettung ist fest verankert. Du kannst deine Errettung nicht mehr verlieren, aber du kannst Belohnung verlieren. Und was würden das für Menschen sein, die gar keine Belohnung empfangen würden? Es würden Menschen sein, die nichts aus ihrem Leben machen, aus ihrem Leben mit Christus. Es würden Menschen sein, die zwar gerettet sind, aber danach haben sie keinerlei Interesse mehr an irgendetwas, was christlich ist oder mit Gemeinde zu tun hat oder mit Christentum oder mit dem Leib Christi zu tun hat. Und das gibt es vor allem auch in der Laodizea-Zeit. Es gibt Menschen, die werden zwar gerettet, wir haben selbst bei uns im Gottesdienst, wir haben Menschen, die kommen nach vorne am Sonntagmorgen und sie übergeben ihr Leben Jesus und dann versuchen wir ein Follow-up zu machen, aber wir sehen sie nie mehr. Und das werden Menschen sein, die keine Belohnung bekommen werden. Aber Menschen, die Gottes Reich in sich tragen, die Gottes Reich für sie das Wichtigste ist und Gottes Reich einfach fördern wollen, im Reich Gottes etwas tun wollen, Preis dem Herrn. Für solche ist Belohnung da, weil wir etwas mit unserer Rettung getan haben. Die Bibel sagt uns, verwirklicht eure Rettung. Rettung kann man nur einfach als Rettung empfangen, aber dann ist sie noch nicht verwirklicht. Also bemerke, im Philippenbrief im zweiten Kapitel sagt uns Paulus nicht, bewirk deine Rettung oder bewirkt eure Rettung. Er sagt, verwirklicht eure Rettung. Das ist, was er in Philippenbrief 2 sagt. Deswegen können wir die Rettung nicht verlieren, aber wir können Lohn verlieren, wenn wir die Rettung nicht verwirklichen, wenn wir nicht etwas tun, was in uns hineingelegt wurde. Das sind so viele grosse Schätze, so viel Gold in dir. In jedem Bereich, in jedem Bereich der Gemeinde, in jedem Bereich des Leibes Christi gibt es Arbeit, von jung bis alt, für jung bis alt. Und deswegen preist dem Herrn, wenn wir einfach etwas tun, und die Rettung verwirklichen, dann wird Belohnung kommen. Drittens, das Tragen von Kronen zeigt, dass die Belohnung im Himmel stattgefunden hat und sie nicht mehr auf Erden sein können. Praise the Lord. Dann das nächste, was wir sehen, ist Vers 5. The Holy Ghost. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackel brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also der Heilige Geist wird im Vers 5 sichtbar. Hier wird das beschrieben mit den sieben Geister Gottes, sieben Geistern Gottes, korrekterweise, repräsentiert sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes. Sieben Geister Gottes, beschrieben in Jesaja 11, um Vers 2. Auch das kann man alles noch im Selbststudium nachlesen. Und dann Vers 6 bis 8. Und vor dem Thron war ein gläserneres Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Halleluja. Wow. Also amazing. Ich meine, das, was wir hier sehen, ist nicht, sehen wir nicht das erste Mal. Wir sehen das in Hesekiel, die vier lebendigen Wesen. Wir sehen das durch die vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das sind nämlich die vier Gesichter auch, der vier Evangelien, dazu kommen wir noch. Aber wir sehen hier also die vier lebendigen Wesen und hier sind sie. Es sind dieselben lebendigen Wesen wie in Jesaja 6, Verse 1 bis 3, die rufen holy, holy, holy. Okay? Es sind Seraphim Wesen, das bedeutet, sie haben sechs Flügel. Seraphim ist eine Engelkategorie und sie rufen heilig, heilig, heilig. Und in diesen Versen geht es um den Vater und den Geist, denn das wird uns hier in diesen Versen beschrieben, also wir sehen drei Parteien, den Vater, den Geist und diese Seraphim und die rufen heilig, heilig, heilig. Das Wesen mit den vier Gesichtern, Löwe, Stier, Mensch, Adler, ist eben auch beschreibt, auch die vier Evangelien haben dasselbe Wesen. Okay? Die vier Evangelien, die haben dieseselbe Wesen, zum Beispiel das Lukas-Evangelium wird verglichen mit einem Menschen, weil Lukas zeigt uns und beschreibt uns die menschliche Seite von Jesus. Adler steht für das Johannes-Evangelium, dort sehen wir den erhöhten Menschensohn auf Erden, wir sehen den Son of Man, der Sohn des Menschen in seiner Göttlichkeit und ein Adler fliegt im Himmel. Also wir sehen und Jesus sagte ja, er geht zwar am Anfang vom Johannes-Evangelium, Kapitel 3 ist es, glaube ich, sagt er, der Sohn des Menschen, er lebt zwar auf Erden, er ist zwar auf Erden, aber er ist auch im Himmel. Also mit seinem Gebet, mit seinen Gedanken, sein Glaube, sein Kopf, er war im Himmel und war trotzdem auf Erden und das ist eben die Verbindung. Wenn wir eine Verbindung haben, dann sind wir an beiden Orten, dann hören wir von Gott und wir können auf Erden eben Menschen segnen und das war das Leben Jesus. Das Leben Jesu war ein Ausfluss des Segens und weil er auf der einen Seite mit seinem Körper, mit das Wort, wo der Fleisch auf Erden war, aber Leben tat er im Himmel. Sein Bewusstsein war auf den Vater ausgerichtet. So, diese Wesen hier, der Löwe, er steht für Matthäus und der Stier, der Stier steht für Markus, weil der Stier ein dienendes Tier ist, ein Tier, das belastet wird und der dienende Jesus und vor allem das Markus-Evangelium beschreibt uns eben den dienenden Jesus. Also die vier Evangelien beschreiben uns eben diese vier Gesichter der vier Wesen. Was auch ganz spannend ist, ist, wir können hier eine Rangordnung der Engel erkennen. Die niedrigste Stufe, das sind die Engel, die haben nämlich keine Flügel. Michael und Gabriel, die werden Erzengel genannt. Seraphim haben sechs Flügel und die höchste Stufe, das sind die Cherubim, die haben vier Flügel. Und Satan war vor seinem Fall der Erzcherub Luzifer. Luzifer, das war also ein Engel und aus Luzifer wurde Satan und er war der höchste von allen Engeln. Er war der Erzcherub, das heisst, er war der höchste von den Cherub, Cherubim-Engeln. Und korrekterweise sagen wir nur Cherubim und eigentlich gar nicht Cherubim-Engel oder Seraphim-Engel und ich tue das einfach damit die meisten Leute auch verstehen, ah, jetzt redet er von Engeln. Aber korrekterweise ist der Ausdruck Engel gilt nur für die unterste Stufe, die niedrigste Stufe. Denen sagen wir Engel, korrekterweise Seraphim, die zweite Stufe und Cherubim dann die dritte Stufe. Aber schlussendlich reden wir eigentlich vom selben. Jetzt, Michael und Gabriel, die werden als Erzengel beschrieben in der Bibel. Und es gab in der Vergangenheit gab es auch eine Zeit, wo ich betonte, dass Cherubime und ich ordnete Michael und Gabriel dort zu, als Cherubim zu und sah dort eine Art wie eine Trinität auch in den Engeln, Luzifer, Michael und Gabriel. Aber ich muss nach weiterem Studium heute eher sagen, vermutlich sollten wir sie nicht den Erzcheruben zuordnen. Sondern eher wirklich in die niedrigste Stufe als Erzengel. Sonst würde uns nämlich die Schrift diesen Unterschied auch aufzeigen. Also, Michael und Gabriel sind eher Erzengel und nicht, wie ich früher sagte, Erzcheruben oder Cherubime, sondern eher Erzengel in die erste oder niedrigste Stufe einzuordnen. Genau, falls mal jemand irgendeine alte Predigt hört. Anyway, dann sind wir eigentlich in diesen Versen schon bald am Schluss. Und zwar, da gibt es noch das letzte, und zwar Verse 9 bis 11. Das lesen wir noch miteinander. Und dann ist nämlich Kapitel 4 zu Ende. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sie sprechen, würdig bist du, oh Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also, jedes Mal, wenn diese lebendigen Wesen Holy, Holy, Holy und Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dann passiert etwas bei diesem Thron, wo die 24 Ältesten drauf sitzen und das ist, was passiert, eine kontinuierliche Anbetung vor dem Thron. Das Abwerfen der Kronen ist kein einmaliger Vorgang, bei dem die Heiligen, die ihre Kronen erhalten, sie dauerhaft dem Messias überlassen. Nein, das Abwerfen der Kronen hat mit Anbetung zu tun. Der Schrei der Seraphim ist ununterbrochen, ebenso wie das Abwerfen der Kronen. Sie werfen sie ab, dann nehmen sie sie wieder, sie werfen sie ab und sie nehmen sie wieder. Das ist kein einmaliger Vorgang bei den Heiligen, die ihre Krone erhalten haben. Das Abnehmen der Kronen von ihren Häuptern zur Anbetung von Gott dem Vater ist das Bild, das wir hier haben. Es ist etwas sehr Heiliges hier, etwas, das wir in unserer menschlichen begrenzten Heiligkeit gar nicht so richtig verstehen können. Wir können uns hier kaum ein Bild machen. Wir haben lediglich diese Informationen. Wir sehen den Eingang, das Tor dazu, wohin das gehen kann, was für eine Herrlichkeit in dieser Anbetung liegt. Aber wir sehen hier, preist dem Herrn, natürlich nur begrenzt hinein und wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie wunderbar herrlich das ist. Und es wird wunderbar und es wird herrlich sein, weil diese lebendigen Wesen, die Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, die machen nichts anderes. Das ist es. Sie sagen Tag ein, Tag aus, sagen sie holy, holy, holy. Und wie gesagt, schwierig für uns zum Vorstellen, aber das muss eine Atmosphäre sein, aus der man nicht mehr treten will. Und das ist das Wunderbare. Also hey, wenn das Leben so einfach wird, auf dreimal holy, dann wow, dann haben wir das Lotto gewonnen. Wir werden im Himmel anbeten und wir werden eine neue Atmosphäre der Anbetung haben. Kein Vergleich zur Anbetung, wie wir sie hier auf Erden kennen. Es wird wirklich der absolute Joker sein und wir werden kontinuierlich anbeten vor dem Thron. Die Gemeinde wird anbeten und es werden wunderbare Momente sein, es werden herrliche Momente sein, es werden Momente sein, die wir uns jetzt so noch gar nicht vorstellen können, aber für uns als Vorgeschmack beschrieben sind, mit den Engeln, mit dem Seraphim. Das ist ja hier nicht die niedrigste Kategorie, das ist die mittlere Stufe, das ist schon eine höhere Rangordnung und die sind da voll mit involviert. Grossartig, was wir sehen und nochmals, das ist erst Kapitel vier, wir werden in unserer nächsten Lektion, werden wir in Kapitel fünf hinüber gehen und dann weiter die Betrachtung haben, was noch passiert vor der Trübsal Zeit und Kapitel fünf in diesem Paket mit Kapitel vier gibt uns eine grossartige Vorausschau, was unser Herr tut und was noch geschieht, bevor dann die grosse Drangsal eintrifft. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Kapitel, freue mich euch bald wiederzusehen und ja, see you soon und bald werden wir Kapitel fünf miteinander anschauen. Bye Tschüss und auf Wiedersehen.